Ein Mädchen gut. Doch darin sind wir gewünscht, das Trinkgeld stimmt und das versöhnt. Das Trinkgeld stimmt und das versöhnt. Ja, wie ist ein Kellner und Adress? So schön wie mir das Silbertablet hier entdeckt. Und wenn noch mal was unterfällt, dann werden wir nicht als solch mal auf den Helden. Jetzt kommt ein Solo. Hör mal den. Auf die Hände. Wo haben die Späne noch Locken? Bei Radio-Procken. Ablasflöten. Der ist ja gut. Nein, Ablasflöten. Hör mal den. Da schwitzt es schon. Yeah, der Gast ist gut.